Hallo, meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche. Und ich habe im Community-Tab eine Frage an euch gestellt, das wäre sehr schön, wenn ihr die beantworten konntet. Da ich unnormal viele Fragen über Instagram, Twitter und Co. bekomme und sich ganz, ganz viele Fragen immer wiederholen, habe ich mir doch einfach mal die Frage gestellt, soll ich euch einfach ein bisschen was über meine Person erzählen. Also alle Fragen von euch mal aufgreifen und daraus ein Video machen. Wäre schön, wenn ihr das hier da mit eingeben könnt unter unserem Community-Tab, dann weiß ich Bescheid, dann werde ich mich dran setzen. Und ja, heute reagieren wir auf Adventskalender 2020, Folge 14. Das war euer Wunsch und euer Wunsch ist mein Befehl. Danni, okay. Es ist dem Fall gelungen, die 9. Armee mit CoV-19 zu infizieren. Unsere Mannschaften brechen zwischen Fronau und Pankow und der Weihnachtsmann hat jetzt am nördlichen Stadtrand kurz genommen, die Fassung verloren und ist bewegungsunfähig. Es ist entzucht. Ich weiß, ich weiß halt, ich weiß, wieso mich das immer wieder killt. Boah, stellt euch mal vor, man könnte das so mit dem Kopf machen. Das wäre übelst geil, wenn... Stellt euch mal vor, euch stellt einer eine übelst dumme Frage und man könnte den Kopf so drehen. Äh... Das wäre halt so geil. Oder wenn ihr was nie versteht. Das wäre auch immer so cool. Wenn der Chef euch was sagt, da verstehe ich extra nix. Chef, war ein Spaß. War ein Spaß. Nein. Ähm, wenn euer Chef euch was sagt und so, ihr so... Äh... Das wäre so geil, wenn man das könnte, ey. Äh... Äh... Ich bin noch smuggigungsunfähig. Für... Mit dem Anker Weihnachtsmann. Will das... Mein Führer. Mein Stattführer. Mein Bankführer. Mein Steinzeitführer. Mein Langsführer. Und... Und der Weihnachtsmann. Konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff ist nicht erfolgt. Dann soll dir Armee abdrehen. Es sagen ausgerechnet sie, ein Fischist, ein rückwärtsloser Karikatorist. Sie wollen doch nur ihren Kopf raten. Da würde ich aber auch die Geduld verlieren, ey. Es bleiben im Raum. Es bleiben. Achso. Achso. Tschüss, ne? Also, ich hab Termine, du. Ich darf... Ich darf ja leider nicht mit im Raum bleiben. Finde ich echt schade. Ich geh mal in meinen Keller. Warte mal. Ich versuche das mal in meinen Keller zu gehen. Wie, wie, wie. Oh, ist schön hier unten. Er hat gesagt... Also, sorry. Er hat gesagt, ihr sollen alle raus, außer die drei. Da fühle ich mich nicht angesprochen, ne? Genauso wie... Ihr kennt ja die Geschichte mit dem Hasen und dem Wolf. Jetzt, glaube ich, so hieß die, ne? Aber es ist wieder eine andere Geschichte. Aber es gibt eine Geschichte. Da spielt ein toter Hase eine Rolle und ein Wolf. Und der Wolf die ganze Zeit vor dem Gericht so... Ja, ich war's nicht. Ich war's nicht. So die ganze Zeit. Und der wurde nie gefragt. Nie. So. Ja, ich war's halt einfach nicht. Fällt natürlich nicht auf, ne? Wenn man die ganze Zeit... Schau dir mal vor, ihr seid doch vor Gericht. Es geht so um Diebstahl von Lollipop. Ne? Und vorne sitzt der Angeklagte. Und ihr so im Hintergrund, ihr sitzt so im Publikum. Ich war's nicht. Und der Richter. Bitte was? Ne? Ich war... Ich hab's dort nie geklaut. Ich hab's doch gar nicht gefragt, der Angeklagte sitzt doch hier. Ja, ich war's nicht. Mensch. Lassen Sie mich doch jetzt einfach in Ruhe. Ich war es nicht. Ich war zwar gestern in dem Laden. Und ich hatte kein Geld. Aber ich war es nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich wollte, Madame Merkel glücklich machen. Alter. Oh, Alter. Ich dachte ja zuerst, ne? Das ist halt gerade so. Bisschen aus wie Peter Marfay. Bisschen aber nur. Ich weiß nicht. Ich höre die Teile, und er athlete. mache ich aber mache ich aber übrigens auch immer 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 vor vom pisten wollte ich gerade sagen nee vom was was das würde ich eigentlich gerade sagen genauer vom fleisch zu bereiten immer fisten muss man machen das fleisch muss von innen gereinigt werden das ist einfach so das tatsache das ist so dumm Ja, ich wünsche euch auch eine festige Weihnacht Ja, und wir sehen uns definitiv Dativ-Akkusativ im nächsten Video und wenn ihr mehr sehen wollt und wenn ihr einen Vorschlag habt, schickt mir das bitte über Instagram oder Twitter und ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, nicht? Ist ja schönes Wetter draußen, kann man ja auch schwimmen gehen bei dem Wetter. Wir sind ja mindestens draußen 30 Grad hier. Ja, bis dahin, haut rein und Tschüss!